Ein herzliches Willkommen auch wieder in Massimiliano, nicht im Restaurant und auch nicht im unteren Gang, sondern in den Waschraum. Ich male gerne in Baderäume, in Schlafzimmer, direkt auf die Wand, aber hier habe ich nun Bilder, Holzbilder hingehängt. Einmal die feminine Muschel, die sich eben an den Strand rettet, noch angeschwemmt wird von vielen Regen, sich aber gerettet hat und gefunden werden will. Und dazu dann in dem Waschraum der Herren habe ich dann eine maskuline Muschel gemalt, die sich auch gerettet hat an den Strand und hier jetzt schon ganz, ganz viel Weite zu sehen ist. Vögel fliegen fort, die Wolken werden weniger und das Meer kann wirklich in der Ruhe um die Muschel spülen. Dann habe ich in beiden Baderäumen eben diese Spiegelfragmente, die auch zu sehen sind hier auf den Bildern vor den Kreidefelsen. Sie sind besonders geeignet eben in Waschräumen und Badezimmern und vielleicht auch sogar Schlafzimmern, solche Spiegelfragmente aufzuhängen. Alle diese Exponate können Sie käuflich erwerben. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen.